Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 in HD Ja, wir haben es gar nicht für erwähnenswert gehalten, aber wir drehen den ganzen Scheiß hier in HD Ja, ihr könnt euch also, wenn ihr HD-Fetischisten seid, die mittlerweile über 6 Stunden Fails am laufenden Band von mir, in denen ich weigere Plasmide zu benutzen, in Full-HD-Ansehe Nein, 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 nein Ich hopp sie fast. Ich hab das Gefühl, das ist weit weg. Geil. Aber sie folgt mich, ne? Soll sie kommen? Aber ich brauch einen Automaten. Ich hab gar nichts. Crap. Wo ist sie? Wow. Ist fast da. Macht sich bereit, ja. Ich will mich bereit machen. Oh Gott. Hier? Ist sie hier? Promenade. Ja, Promenade, aber ich brauch... Gottverdammten Automaten. Jesus. Ich weiß, sie ist hier. Wo? Wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Da? Ist sie das? Ja. In der Tat. Da ist ein Geschenk für mich. Bam. Hut. Ja, da hast du's. Mit einem Hut hast du nicht gerechnet, was? Oh, fuck. Aber das ist ein Gatherer's Garden. Da muss ich sofort wieder hin. Und zurück. Nein, 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 nein. Pfeil. Pfeil. Ruhig. Ich bin schon... Ich weiß, was ich tue. Oh, ich hab keine... Ich hab gar nichts mehr. Oh, ich hab keine Munition. Oh, ich hab keine Munition. Was machen die denn alle da? Nur, um mich fertig zu machen. Was soll das sein? Post-Mortaler... Oh, was mach ich im Hack-File? Oh, jeez. Ich hab gar nichts mehr. Gar nichts. Keine Munition. Nichts. Ich kann nur hier boxen, ey. Pff. Ja, was nützt mir denn das? Leute. Jetzt mal im Ernst. Man muss mir doch irgendwie eine Chance geben. Ich geh jetzt zum... Gatherer's... Bullshit! Ja, Leute. Im Ernst, ich muss doch das Geschenk jetzt abholen. Ah, ja. Die haben jetzt ihren Spaß, ne? Scheiß Camper. Oh Gott. Bleh. Bleh. Ja, 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 ja. Ist der tot? Wie ist das denn passiert? Oh. Ja, Leute. Ich werde jetzt hier penetrant wie nix. Einfach weitermachen. Hier. 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 Teddybär. Wenn... Was? Forderender Vater. Wenn deine kleinen Helfer beim Sammeln ständig unterbrochen werden, dann... Sag mit deinem Fall, dass die sich bee... Oh. Okay. Ich brauche mal so einen neuen Slot, Mann. Schneiderlichkei, frieren... Ich brauche mal so einen neuen Slot. Gott verdammt. Hier. Alles. Was? Ja. Es macht irgendein Geräusch, aber... Was? Oh. Fischisch. Noch mehr. Mehr davon. Mehr. Ja. Mehr. Mehr. Ja. Mehr. Ja. Elektro-Bolt. Insektner. Köder. Sicherheitskommander-Trinker. Hiefschwohner. Blö. Baucherschleicher. Gibt es irgendwas Neues? Kürzer Alarme. Headhunter. Sicherheitslücke. Wann ist ein kleiner Kö... Hm. Ah ja. Warum nicht? Was ist das? Aha. Ja, hier gibt es Neues. Kamera Alarme. Brrrr. Äh. Kaufe ich mir einfach mal so. Alter. Ich bin so reich. Ich musste mir irgendwas holen jetzt. Ich habe diese ganzen... Scheiß satt. Komm mal. Äh. Ja. Hier. Einen von den teuren noch, ne? Wahrscheinlich. Machen wir das so. Oder was ist der Insektenschwarm, ne? Hier. Kaufen wir uns das. Scout, vergiss es. Versetzt seine Umgebung mit dem Effekt hier. Ja, machen wir jetzt. Was macht das? Entfesseln Sie einen noch aggressiveren Schwarm. Ein echtes Erlebnis, wenn er einen Gegner nach dem anderen findet. Okay. Warum nicht? So. Aber ich habe hier immer noch keinen... Scheiß, Mann! Hä? Hä? Wie findest du das? Wie findest du das? Wie findest du das, Girl? Hä? Meine Bienen! Nein, 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 nein. Hier. Bzzz, bzzz. Zah, meinen Bienen kannst du nicht entkommen. Vergiss es. Los, spritze dich. Nein! Bienen! Macht weiter. Vernichtet sie. Oh, ja. Oh, Bienen. Oh, diese ekelhafte Hand. Komm her. Ich weiß, du bist immer noch hier. Die Frage ist nur, wo? Da, Bienen! Ha, 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 ha. Oh, Scheiß! Ich brauche euren Scheiß! Oh, er ist tot. Ey, das tut so gut. Das ist das Miststück, wenn ich mich nicht angreifen. Ich brauche Verbands... Wow! Da ist er! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Mach mir nix aus! Nein, mach mir wohl was aus! Mach mir was aus! Mach mir was aus! Tschüss! Ah! Mach mir was aus! Ah, jetzt habe ich die ganze... Wieso damit verbracht, diese scheiß Sister zu töten. Aber... Ich habe auch unglaublich viele Upgrades jetzt. Come on. Ich könnte mir nicht erzählen, dass das kein Fortschritt war hier. Oh, Scheiß! Hallo? Hallo? Du! Ey, jetzt snipet die mich da von dieser Entfernung noch. Wo? Wo bist du? Gott! Meine Insekten! Ich brauche sie! Oh nein, immer noch nix. Das ist nix Gutes. Nix Gutes. Oh, Elende. Zzzzz! Woo! Stirb, du verdammte! Ich hoffe, du bist allergisch. Bitch! Du bist allergisch, bitch! Bitch! Zerrecke! Ey, Bienen, mach dir mal... Jetzt, come on. Ja! Ey, und die verbrauchen so wenig Plasmid-Shit. Das ist geil. Hahaha. Ah, verdammt. So. Das hätten wir. Hä? Was brauchen wir mehr? Hier da? Alles da. Piano Bar. Okay. Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Oh, das ist gut. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt werden, wir wie Hunde erscheinen, die sie knurrend in der Nachgeburt winden. Nachgeburt. Hier! Haha. Gebt euch mit meinen Bienen ab. Na? Du auch. Hahaha. Hey. Oh, Bienen. Ey, das ist der Hammer. Ich glaube, das ist mein... Oh! Lieblingsplasmid. Kettel zum Wein. So, come on. Oh, meine Bienen. Hey. Bienen könnten meine Lieblingstiere werden. Oh, wir sind schon längst über 10 Minuten. So, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, klickt oben rechts in die Anmerkungen. Und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.